Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einem Folge von Paladins. Hoi, heute spielen wir Betty la Bomber. Ich hatte mal wieder richtig, richtig Bock sie zu spielen. Ich habe sie in letzter Zeit irgendwie gefühlt in jeder Runde gesehen. Und sie ist ein sehr spaßiger Charakter, daher macht es nur am meisten Sinn zu spielen. Ich habe ein eigenes Deck gemacht, ich glaube das dürfte nicht schlecht sein. Hoffe ich. Ihr könnt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Äh, ich würde hier, äh, Death-Tens-Twist-Eine mitnehmen und ich glaube Live-Rip, weil ich ja so viele Explosionen habe, dass ich mich da schon von heilen dürfte. Ich bin mir unsicher. Ähm, nehmen wir Live-Rip mit, ja. Glaube ich nicht die dürfte Idee. So, wo, oh, ich, ähm, das wollte ich nicht. So, okay, by the way, falls ihr irgendwelche Wünsche habt, welchen Champion ich jetzt nächstes bin, soll ihr gerne in den Kommentar schreiben. Und natürlich würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Und die, viele Kommentare helfen, natürlich auch dem Algorithmus, meine, meine Kanäle zu mögen und so weiter. Das ist scheinbar gerade sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Daher, wenn ihr mich unterstützen wollt, Kommentare da lassen und so weiter. Wäre sehr freundlich. Aber es wird dann auch schon zunächst gezwungen oder so. So, okay. Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen hier hinten. Ich mag auch nicht, dass die Dame hinter uns ist gerade. Da ist sie nicht, ist sie nicht. Achso, da. Nee, doch. Alter, Gott. Ah, wundervoll. Oh. Okay, Schallen. Okay. Unangenehm. Das war ein bisschen blöd, unser Highlights. Da habe ich aber auch am Anfang schon mal gestorben. Und dann, ja, war es das, die Gegner. Wieso ist der, wieso ist der, äh, Tank in unserer Backline? Äh, von, wo? Komm schon. So. Vielleicht können wir irgendwas erreichen. So. Okay, nein, danke. Dann drehen wir das Ganze mal kurz, bitte. Ja, Gott. Oh, da nervt man nicht so hart. Dann wissen wir noch. Oh, da sind die low. Perfekt. Ich bin trotzdem tot. Ja, aber ich habe zwei Kits gemacht. Ich habe vier Schaden angerichtet. Ich habe mein Bestes getan. Da konnte ich ja nicht noch mehr raushauen als das. Würde ich jetzt mal so sagen. Wir haben sogar zwei Tanks. Und, ja, reichen gar nichts. Oh, schade. Ja, und wir konnten ein bisschen Schallen killen. Aber wir können wir zwei Tanks haben und die bekommen nichts hin. Das ist ein bisschen traurig. Leute, hinter euch, ihr bekommt die ganze Zeit Schaden. Leute, ihr, ihr sterbt gerade zusammen an... Alter, das geht ihr den Ernst? Leute, hier sind zwei. Wie... Pass. Wie passiert das gerade? Ich muss noch kurz weggehen. So, sehr schön. Damit ist... Können wir das lassen? How? So, I don't know. Machen wir schön viel Schaden da hinten. Bin ich... Okay. Nein! Ich hätte ein bisschen mich mehr bewegen sollen zu den Seiten, als... Anstatt nur... Die ganze Zeit... Äh... Geradeaus zu geben. So, ich würde ja durch Kronos mitnehmen noch. Weniger coolen davon, meine Fähigkeiten. Ist sehr nützlich, sehr nützlich. So, aber kein Problem dafür gerade. Wichtig wäre, würde ich noch, wenn wir... So, es wäre halt... Cool, wenn es da irgendwer... Was machen die denn, Leute? Die... Die schnauzen sich jetzt schon gegenseitig an, oder wie? Also... Ach Gott, Leute. Was sind das wieder für Personen? Ach, keine Ahnung. Äh... Okay. Besonders. So, probieren wir von hier aus weiterhin... Zu nerven. Ich werde auch nicht zu nah reinrennen. Nur das mal kurz. Sehr schön. So, okay. Nur das kurz. So, okay. Bis auf den Punkt. Sehr schön, bis auf den Punkt. Hier irgendwo... I don't know. Es ist mir nicht recht egal, was hier irgendwo noch ist. Ich werde aber hier drüber drauf schießen. Ich bin der einzige auf den Punkt. Und... Was aber auch okay ist, weil ich ja so viel Range habe. Wenn ich die auch gut benutzen würde. Bleiben wir schon nach. Äh... Mach mir das mal kurz. Okay, perfekt. Oh, wo ist er hin? Hat er geultet? Nein. Doch, er ist gestorben. Aber... Keine Ahnung. Wir haben... Nur... Bleib einfach kurz auf den Punkt. Da haben wir es. Und... Ja gut, nee. Sie haben sie raufgehen lassen. Unangenehm. Machen wir uns auf den Weg. Machen wir uns auf den Weg. Wir dürfen es haben. Wir dürfen es haben. Perfekt. Angenehm. Alter, sind da nicht viele Explosionen. Ich würde, glaube ich, hier hinten entlang gehen wollen. So. Okay. Ich glaube, da hinten dürften Leute entlang laufen. Ja. Da bist du. Bleiben wir schnell zur anderen Nacht, damit wir sie hier oben fighten können. Sehr unfreundlich. Ich glaube, ihr ist das bewusst. Okay. Kann ich bitte mich einmal bewegen? Alter. Ach, Enemies behind us. Leute. Ihr habt einfach den Gegnerischen Tank komplett ignoriert. Und mich auch ignoriert. Und mich sterben lassen. So. I don't know. Ich weiß nicht so... Gut. Keine Ahnung. Sehr besonders. Sehr besonders. Gehen wir mal kurz hier an die Seite. Alter, komm schon. Wie hat er uns... Wie hat er da ein Double Kill gemacht in dem Moment? Und... Kann der Raum bitte beim Punkt bleiben? Oh. Der Raum ist gestorben. Oder nee, hat jemand... Nee, er ist gestorben. Gegen Knessa. Okay. Und jetzt sterben die Restlichen auch noch. Ah. So. Schießen wir einmal kurz rüber. Probieren wir hierdurch irgendwas zu erreichen. Er ist fast tot. Sehr schön. Das ist sehr cool. Da drinnen ist gerade... Genau das ist da drinnen. Sehr schön. Ich weiß noch nicht mal, wo du bist. Mann. Oh Gott. Oh Mann. Ich tu mein Bestes. Ich tu mein Bestes. Ich kann... Oh, ich kann rüber ulten, wenn... Wenn ich schnell genug da bin. Dann könnte ich die oben weg ulten. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr gut. Wenn ich das schaffen könnte. So. Wenn ich hier durchkomme... Ich kann mich nicht mehr auf. Ich kann mich nicht mehr auf. Was? Hä? What the? Hä? Man Hä? Ich hab's auf Video, vielleicht vertue ich mich auch komplett. Aber Hat das Spiel nicht gerade gesagt 15 Sekunden remaining, also 15 Sekunden remaining? Wieso ich denn da ge... Also, hätte doch niemals geultet, hätte ich das nicht gesagt. What the fuck? Das ist jetzt sehr verwirrt da drüben, wir müssen aufpassen. Welcher ist euch angesprungen? Japp. Guten Tag. Happy for you, I guess. Ist noch jemand? Nein. So, machen wir das kurz, probieren wir, was wir erreichen. So. Er ist so gut wie down. Sehr schön. Er ist nicht mehr so gut wie down. Oh wow. Oh wow. Unangenehm. Dankeschön, sehr freundlich. Wäre cool, würden wir auf den Punkt bleiben. Wir haben gewonnen. Hat er seine Ult aktiviert? Oder wieso wird er unsichtbar, wenn er schießt? Wir haben gewonnen. Oh leil, wir haben den Punkt reinge... Deswegen waren es 15 Sekunden noch remaining. Weil wir es geschafft haben, den Punkt durchzubringen. Oh Gott, okay. Ich fühle mich doof. 48.000 Schaden. Am 2. Meisten aus meinem Team. Am 5. Meisten aus der Runde. Aber gut. Sehr interessante Runde. Sehr interessante Runde. Wir hauen nochmal eine Runde Team Blathmatch ran. Bis gleich. Okay. Dann sind wir jetzt in der hübschen Runde Team Blathmatch. Mal schauen, mal schauen wie es laufen wird. Ich hoffe aufs Beste. Wir haben keinen Heiler. Und kein Tank. Das heißt, es könnte sehr schief gehen. Aber wer weiß. Who cares. Okay. Unangenehm. Da bin ich ein bisschen explodiert. Aber gut. Wir haben noch ganz viele Sists bekommen. Sehr schön. Wir haben noch mehr Sists bekommen. I guess. Oh, das ist perfekt. Das ist selbst geworfen. Die Map ist super gut für mich hier. Es gibt enge Wege. Wo ich Gegner gut treffen kann. Definitiv sehr nützlich. So. Okay. Treff dich nochmal alle. Machen wir das schön. So. Laden wir nach. So. Okay. Sehr schön. Er ist auch noch down. Awesome. Sehr freundlich. Können wir dich auch noch loswerden? Wäre auch sehr nice. Okay. Nicht ganz. Ich muss kurz nachladen. Ich ult mal kurz rein. Okay. Wir haben sie noch bekommen. War vielleicht ein bisschen bösartig nur eine Person zu ulten da gerade. Aber sie war. Sie hat das schon gestanden. Ich dachte es ist nötig. So. Okay. Äh. Ich würde. Ich wäre gerne oben gewesen. Oh. Hi. Was soll man tun? Unangenehm. Ein hübscher Skin von ihm. Sehr cool. Ist das ein Mecha-Skin? Autsch. Leute. Wir müssen mal kurz hier drüben aufpassen. Ich habe zwar sehr viel Schaden. Wo sind die hinten? Da hinten ist die. Äh. Die Eier. Ist der Rest? Möchte ich wissen wo der Rest ist? Ich glaube nicht. Okay. Ich habe irgendwie nichts getroffen. I guess. Ich hatte irgendwie. Ich hoffe ich es mehr mache. Gehen wir rüber. Vielleicht gehen wir von hier aus. Das anrichten. So. Gehen wir erstmal den Fuchs. Unfreundlich. Unfreundlich. Junger Mann. Unfreundlich. Nicht zu meinem Gefallen. Ich würde hier von hier oben mal weiter. Probieren runter. Oh wow. Scheiße. Da waren. Da wurde ich aus zwei verschiedene Richtungen angeschossen. Hätte ich nicht gut ausweichen können. Und das mal. Schießen wieder rein. Perfekt. Äh. Weniger perfekt. So. Dich dürften wir bekommen können. Oh hi. Wo. Wow. Gut. Haben wir Afkala? Er lebt noch? Wieso lebst du noch? Was ist da hinten? Okay. Sehr unfreundlich. Urten wir mal kurz. Oh. Oh. Können wir sie hoffen? Okay. Wir haben sie bekommen. Du bist fast down. Ich habe Angst vor hinter mir. Ja gut. Sein Leben. Okay. Perfekt. Okay. Noch bekommen. Sehr freundlich. Ähm. Es gehen. Also. Wollen wir nochmal. In. Das Urteil rein. Na okay. Bleiben wir mal kurz ein bisschen hinten. Ein bisschen gefährlich. Können wir das ganze lassen. Ich würde den Fuchs da hinten mal kurz kennen wollen. Schade. Gehen wir kurz weg hier. Oh. Oh. Hinter mir. Oh wow. Unangenehm. Was hat mich weg? Achso. Ihr wegflippt. Okay. So. Gut. Äh. Was können wir hier machen gerade? Bin ein bisschen unsicher. Sie dürfte down sein. Perfekt. Durch mein Feuer. So. Es wäre cool. Würden wir mal kurz den Fuchs killen. Also Luna. Aber ich weiß nicht ganz ob wir da rankommen werden. So. Ah. Okay. Ich habe eine Ult. Scheiße. Komm schon. Das hätte so gut enden können gerade. Das ist sehr enttäuschend. Sehr enttäuschend. Hatte jemand? Nein. Das könnte es gleich gewesen sein. So wie es aussieht. Sehr sehr enttäuschend. Perfekt. Die haben alle überlebt? Nein. Wir sind jetzt eine bekommen. Noch ein Sis dazu. Der dürfte hoffentlich down sein. Die dürfte auch down sein. Perfekt. Können wir jetzt uns ein bisschen aufholen. Okay. Müssen wir kurz durchgehen. Oh. Ich habe mein Rechtsechen nicht durchbekommen. Ich weiß nicht ob ich hätte killen können. Ich hätte jedenfalls um einiges mehr Schaden machen können. Oh hi. Ich mag es nicht wenn meine Sight mich fehlt. Aber sonst könnte ich killen. Aber es sieht nicht so aus als ob es gleich fertig sein wird. So. Wollten wir rein. Alter. Die haben alle überlebt. Oh komm schon. Ja gut das war es das glaube ich. Schade meine Zahl war ganz schön close. Das war ganz schön ganz schön close. Ich glaube wir haben noch eine Runde dran. Ähm. Ich hätte. Hätte ich mal killen können. Ich hätte glaube ich mal killen können am Ende. Ich glaube aber es hätte mir jetzt nicht viel gebracht. Leider. Schade. 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 Na gut. 67.000 Damage. Sehr sehr viel. Am meisten aus der Runde. Cool. Gut. Dann. Wir machen noch eine Runde. Bis gleich. So. Dann hoffen wir dass diese Runde gut läuft. Ich glaube wir haben das Beste. Wir gewinnen das hier. Easy. Einfach. Einfach dran glauben. Ähm. Die sind glaube ich doch. Die sind da. Unfreundlich. Von. Okay. Unfreundlich. Sehr. Sehr. Unfreundlich. Hallo auch an dich Sky. Gehen wir mal hier rüber. Guten Tag Bomb King. So. Leiden wir nach. Hier hinten ist irgendwer. Genau. Du warst da. So. Dann müssen wir eh kurz aufpassen. sehr schön. Sehr schön. Ist hier noch irgendwo wer. Äh. Ich glaube da hinten könnte jemand sein. Hier jetzt wieder zurück. Genau. Perfekt. Hab ja nichts zum wegkommen. Dankeschön für die Heilung. Sehr freundlich. Okay. Noch lebe ich. Dankeschön für die Heilung. Sehr freundlich. Ich lade ein bisschen nach. Und dann. Na ich weiß dass du bei mir bist. Oder. Hä. Woher. Woher. Sind die jetzt auf einmal gekommen. Oh man. Woher kommen die jetzt auf einmal. Sehr unfreundlich. So. Okay. Es ist gerade ein bisschen nervig. Dass wir einfach. Alle nur hier drin. Fighten. I guess. Ich würde mal probieren hier. Oh. Ich war noch mal da drin. Oh man. Unfreundlich. Okay. So. Ernsthaft. Schon wieder niemanden getroffen. Ich schätze wirklich die Range davon. Zu gut ein. Hinter mir. Hinter mir. So. Ach komm schon. Ich musste nachladen. Oh. Schade. Sehr. Sehr. Schade. Okay. Na. Das muss ich nicht nachladen. Aber ich könnte da nicht schnell gut schießen. Ach komm schon. Wieso holen die Gegner gerade auf? Das quält man nicht. Wir waren gerade so gut. So. Mal schon. Treffe ich damit irgendwas? Erreiche ich damit irgendwas? Das könnte. Ja gut. Ich zwinge die Gegner dazu sich anders zu bewegen. Ich hab noch eine Chemo. Sehr schön. Ich hoffe ich jetzt gestand werde. Dankeschön. Achso. Ich glaube er hat so das Talent mit das. Äh. Wieso lebt sie noch? Ich wollte gerade schon sagen. Okay. Es war gefährlich. Das ist. Noch sehr gefährlich ja. Hallo. Bomb King. Unangenehm. Neben uns. Neben uns. Ja gut. Äh. Schade. Mit dem Maulboost mit. Dann geb ich mir ult. Dann steig doch mal. Dann gehen wir hier schnell durch. Schon wieder nicht. Der Typ war genau da und wurde nicht getroffen. Es ist aber hart frustrierend langsam. Und ich bin wieder sofort tot. Ein bisschen nervig. Ein bisschen nervig. Irgendwie kann ich die Explosionsgröße schätze ich nicht gut ein I guess. Ich muss wer sein. Ich muss wer sein. Ja du bist hier. Achso. Du auch noch wieder. Ach man. Die Sky nervt mich sehr langsam. Sie nervt mich sehr. Sie ist irgendwie immer da wo ich sein möchte. Oder wo ich bin. nicht. Scheiße. Ach man. Ich war halt auch genau da gerade mal wieder. Aber ich wurde komplett ignoriert. Und. Wurde verkauft. So. Okay. Oh nein. Bin ja mal so tot. Oder auch nicht. Okay. Du hast überlebt und wurdest von meiner Ex-Person auch nicht getroffen. Oh nein. Sky bekommt gefühlt jeden einzelnen Kill von mir. Ein bisschen nervig. Und. Sehr schön. Leiden wir schon nach. Danach können wir nochmal vielleicht auf ihn drauf gehen. Sehr schön. Weg mit dir. Okay. Ich. Endlich. Aber sie hat überlebt. Und ist irgendwo unsichtbar. Da hinten ist sie unsichtbar. Gewesen aber. Aber. Und ich bin wieder tot. Weil irgendwer bei mir ist. Über mir. Oder auch nicht. Ich lebe noch. Crazy. Jetzt habe ich ein Triple Kill rausgehauen. So. Okay. Können wir dir nochmal kurz loswerden. Sie ist hier drüben. Sehr schön. Perfekt. Dann wird ich noch schnell los. Angenehm. Hier drüben ist noch Talis. Seien wir schnell. Fertig nach. Hinter uns. Nein. Wo sind noch Gegner. Da drüben. Oder. Binderladen. Dann haben wir kurz nach. Nach. Gerade hinter uns ist wieder Sky. Hinter mir ist wieder Sky. Okay. Weg mit dir man. Dann. Weil die Frau verfolgt mich ja wirklich nur. Das ist crazy hier. So. Treffe ich damit irgendjemanden? Treffe ich damit Leute. Oh. Autsch. Tausend Schaden. Okay. GG. Wir haben es geschafft. Endlich meine Runde zu gewinnen. Woo. Haha. Gestern ist gerade die äh. Fünfter Versuch gewesen. Eine Runde zu gewinnen. Huuu. Sehr schön. Endlich. Es hat lange noch gedauert. Hahaha. Ja. Aber es war okay. Mal schauen wie viele Schaden ich jetzt gemacht habe. Ich habe mich echt gut gefühlt. Meine Uels waren äh. Weniger gut leider. Aber ich dachte. Also. Ich schätze scheinbar schlecht ein. Wie man damit trifft. Ist ein bisschen unangenehm. So. Ähm. Wäre cool. Würden wir jetzt in den. Bildschirm wieder zurückkommen. Hoffentlich. Bitte. Bitte. Ist das irgendwo nur Zeit weg? Darf ich. Schauen. Was meine Stats sind? Dankeschön. So. Raus. Ich habe 48.000 Schaden gemacht. Am 2. Messe nach der ganzen Runde. Nur er hat mehr Schaden gemacht. Crazy. Okay. Ich dachte dass die Sky ein bisschen mehr gemacht hätte. Aber scheinbar hat er das sehr für Schaden gemacht. Crazy. Sehr schön. Äh. Dann würde ich mich selber ein Like freuen. Abonniert gerne. Falls ihr das habt. Passt euch auf. Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.